Freunde der Sonne, hier sind Nico und Kevin von Eskimo Cowboy und ja, unsere Single Hyper Hyper ist jetzt fast zwei Wochen alt. Ja, ziemlich genau. Und uns wurde zugetragen, dass es da so einige Reaktionsvideos auf YouTube gibt. Und wir dachten, es wäre doch eine geile Sache, wenn wir uns die jetzt mal reinziehen und ebenfalls auf die Reaktionsvideos reagieren. Und genau das machen wir jetzt. Jumpen mal direkt in hier. Eskimo Cowboy Hyper Reaction und da wird uns natürlich schon einiges angeboten hier. Du haust eine Song raus und denkst dir, ja, es ist witzig und hat Bock gemacht. Und dann explodiert das auf einmal und du siehst hier, was weiß ich, wie viele Reaktionen von allen möglichen Menschen auf dieser Welt. Guck dir das mal an hier. Also dafür schon mal einen riesen Dank an alle Leute, die sich die Mühe gemacht haben. Ich bin hier, um zu reagieren und zu interviewen, zu Eskimo Cowboy. Ich weiß gar nichts über diese Band. Ich will es gar nicht recherchieren. Der Funderland sieht ein bisschen funki. Das ist alles, was ich weiß. Es gibt Metalcore-Bands aus Deutschland. Ich weiß gar nicht viel über diese Band. Ich weiß nur deren Track MC Thunder, natürlich. Ah, ja. Awesome Track. Ich legte diesen Song auf Wiedersehen, als es rauskam. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hyper Hyper by Eskimo Cowboy. Cowboy. By Eskimo Cowboy. Ja! Ich weiß nicht, dass wir das Video kommen. Was in der Welt? Ist das ein Workout-Video? Ist das ein Workout-Video? Das war eine Mischung am Start oder was ist das los? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Hehehe. Ist der.. Gib ihm gerade noch ein Proff für mein Outfit. Oh ok. Grüße gehen raus. Pause? These dudes know how to have fun, man. I love that. What? Pause it, pause it, pause it! Pause it, pause it! Oh my god. Das war wirklich wunderbar. Wunderbar. Ja, ein nicer Typ. Oh my god. I got a few. I can't stop smiling. Vocals, gotta say, on point so far. The clean singing and the screams. I'm getting closer to you. Dance, baby, dance. I wanna dance. I wanna dance. Oh my god. Yeah! Oh my god. He feels it. Oh, this brings me back to them 2009 years. Electronic core breakdowns all day. I'm laughing, man. I'm laughing. This is a really good song. That's a really good song. Oh. Woah. Woah, woah. Woah, woah. Okay. Pause. The concert is clear. Wuh. I want to dance. I want to dance. Wir haben auch viel überlafen können, Alter. Let's go. Ihr habt David gesehen. Ihr habt David gewonnen. Er hat nur 459 Subscriber. Alter, Leute, folgt dem Typen mal. Der ist ja mega witzig. Ich weiß nicht, ob sein anderer Content auch so ist, aber... ... Abaldit. F***in' freeze! I can't... I can't freeze! I need a second, bro. Ending Chunky! Findet ihr dieses K***o? Findet ihr dieses K***o? Seit wann tritt in den Dack? Den fand ich richtig geil. Fuckin' hell. Hyper, hyper. I fucking loved it. There is so much energy in this video that you cannot help but, like, fucking enjoy. You can't... I'm sitting here, like, the entire time, smiling and fucking bopping the entire time. I'm with it. I love shit like this. I'll give them this, man. They are very talented musicians, and they're funny, dude. They're funny as hell. Bass. I'm sure there was bass. Vocals. Obviously, I guess, the most standout part of this song other than the video and, you know, the whole experience, which we'll get to in a second, but... These guys were born into the wrong generation. I don't know what happened to their last singer, but... If this is how it's gonna be with them, I'm just saying. Fuckin' sick. It's like, what happened, buddy? The choice that they had for a new singer was a very good one. Let's put it that way. That's fucking really awesome. We're all very happy, that's what Adam is, Nico. And he's also. And he's also. Yeah, guys. That's it. We know there are still a few more. And probably also funny people. Yeah, we have even... Actually, maybe we can show you that again. While we did this video, we saw that here... ...news came to this video. While we did this video, for 7 minutes, vor 48 minutes. Uns freut es riesig, dass der Song so gut bei euch ankommt und dass er euch inspiriert, selber Kram zu machen. Und Fugelhieler zu tragen. Und Fugelhieler zu tragen. Den bringen wir wieder in Mode. Dann bin ich so. Unsere neue Single Hate Love kommt raus am 24.07. Pascal. Kriege ich einen Daumen hoch. 24.07. Hate Love. Bleibt am Ball und wir freuen uns, wenn wir euch bald live sehen. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Okay, äh... Boah, es ist warm. Es ist ja sicherlich.